Hi Folks und herzlich Willkommen zum Monatsrücklegs-Vlog für Juni mit mir, mit eurem Bernie81. Das wird tatsächlich dieses Mal ein ziemlich kurzes Vergnügen mit mir, würde ich mal sagen. Denn ja, es ist so, wie es auch tatsächlich im Videotitel steht, es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Denn im Juni war tatsächlich bei mir nicht so viel los. Das wird sich jetzt ändern, so viel kann ich ja schon mal spoilern, denn ich sag mal so im Juli, im August, da ist tatsächlich einiges los. Und deswegen passt das auch eigentlich wirklich richtig gut, dass es jetzt wirklich im Juni so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm war. Ich möchte euch, bevor ich erzähle, was so bei mir im Juni los war, möchte ich euch noch kurz zwei Infos erzählen. Und zwar zum einen an alle Leute da draußen, die auf die zweite Ausgabe Beat the Bernie warten und die sich wundern, wo die dann im Juni geblieben ist. Da muss ich mich an dieser Stelle mal entschuldigen. Denn die Person, die ausgelost war, die hat es irgendwie nicht wirklich hinbekommen. Und ja, normalerweise soll das Format ja viermal im Jahr kommen und dann halt alle drei Monate. Das hat jetzt tatsächlich leider nicht geklappt. Manchmal ist es halt einfach nicht möglich. Das ist ein bisschen schade, weil die Vorlaufzeit eigentlich lange genug war. Gut, ich bin jetzt aktuell da dran, eine neue Person auszulosen. Das heißt, im Laufe des Julis wird dann die Ausgabe Beat the Bernie kommen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das heißt nicht, dass die jetzt wegfällt. Ganz im Gegenteil, die kommt halt einfach nur etwas später. Dann noch eine kurze Info und zwar zu meinem Pick-up-Video für Juni. Das wird auch ausfallen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe das, glaube ich, auch damals, als ich das Format angekündigt habe, als ich gesagt habe, dass ich das so ein bisschen ändern möchte und nicht mehr in meine Monatsrückblicke mit reinpacke, was ich mir gekauft habe, habe ich meine ich auch gesagt, dass es durchaus mal vorkommen kann, dass wenn ich nicht genug habe, dass ich dann einfach mal zwei Monate zusammenlege. So wird es wohl dann aussehen, weil im Juni war das jetzt nicht ganz so viel und deswegen werde ich dann einfach mal gucken, was ich mir im Juli so gönne und werde das dann einfach zusammenlegen. So, das nur mal kurz so am Rande erzählt. Jetzt springen wir direkt rein in den Juni und zwar fing der an mit einem großen, richtig geilen Volksfest. Und zwar haben wir hier in Bielefeld den Leinewebermarkt. Bielefeld ist ja Leineweberstadt. Wer da gerne noch ein bisschen mehr zu wissen möchte, der kann das ja gerne mal googeln. Und ja, deswegen gibt es halt diesen Leinewebermarkt und der war auch dieses Mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar noch einen Tag länger. Ist ja auch scheißegal. Ich war jedenfalls mit einem Kumpel da. Es war mega geiles Wetter. Ja, wir sind da rumgegangen, haben ein bisschen was gefuttert, was getrunken. Wie man das auf solchen Märkten, sage ich mal, macht. Egal, wo ihr herkommt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es da bei euch auch sowas gibt. Also, es war alles cool. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Nur, ich persönlich habe dann tatsächlich dafür letztendlich gesorgt, dass der Abend ein bisschen blöde, ja, zu Ende ging. Denn ich wollte unbedingt noch in eine Disco. Es war nämlich eine 90er-Party angesagt. Und da ich nächsten Tag dann auch schon wieder los musste, da kommen wir gleich zu, sind wir dann da relativ früh hin. Und Leute, ich habe noch nie sowas Trauriges gesehen. Also, ich glaube, wir waren wirklich eine knappe Stunde oder so, wenn überhaupt da. Ja, doch eine Stunde waren wir schon da. Es waren vielleicht fünf, sechs Leute insgesamt da. Ein Typ ganz alleine und verlassen auf der Tanzfläche, der da wirklich rumgezappelt hat. Echt der Hammer. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, dafür hätten sie auch den Laden echt nicht aufmachen müssen. Und das Krasseste war da noch, wir saßen da wirklich, da war ein Tisch, da war wie so ein Sofa halt. Und dann kommt ein Typ, hat irgendwie nur Latschen an, kurze Hose, ein T-Shirt. Er setzt sich da zu uns quasi an den Tisch und pennt ein. Er pennt einfach ein. Ich dachte mir, was ist denn mit dir, Junge? Wieso gehst du denn in die Disco? Alter, wenn du da pinnst. Und dann setzt er sich auch echt noch zu uns und dann schläft er da ein. Also, das war der Knaller. Das war echt der absolute Oberhammer. Sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Naja. Wenn man da Bock drauf hat, kann man das ja durchaus mal machen. Am nächsten Tag ging es dann zum Nerdstar FIFA WM Turnier. Eine sehr, sehr geile Aktion mit richtig, richtig vielen coolen Leuten. Und es hat einfach nur extrem viel Fun gemacht. Auch wenn ich jetzt mit meinen Engländern leider nicht so, ja, nicht ganz so gut abgeschnitten habe. Ich hätte doch tatsächlich gerne die Vorrunde wenigstens überstanden. Hat leider nicht geklappt. Kann man nichts machen. Aber es war ein sehr, sehr cooler Tag. Wie gesagt, wir haben gegrillt. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Und an dieser Stelle schönen Gruß an alle, die dabei waren. Und einen ganz, ganz lieben Gruß an das Nerdstar Team, die das ermöglicht haben. Den Dirk, den Tommy Hawk, die das da kommentiert haben. Absolut genial. Und was ich euch nochmal gerne zeigen möchte, weil ich finde, das ist eigentlich ganz cool gelungen, ist mir mein Trailer für dieses Turnier. Den verlinke ich euch mal hier irgendwie. Den könnt ihr euch gerne mal angucken, weil ich finde, der ist mir einfach irgendwie gut gelungen. Da könnt ihr ja, wenn ihr Bock habt, auch mal einen Kommentar da lassen. Ansonsten, wie gesagt, es war ein richtig, richtig schöner Tag. Und es hat, ja, sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir eine mega fette Party gefeiert. Und zwar in unserer Firma. Die hat nämlich 150-Jähriges gefeiert. Und das war einfach auch ein ziemlich cooler Tag. Also wir mussten zwar arbeiten, haben dann so bis mittags gearbeitet. Dann war so der ganze offizielle Teil. Und abends ging es dann halt, sag ich mal, richtig zur Sache. Es gab super geiles Essen. Also Pulled Pork und Kartoffeln und so viel geiles Fleisch. Einfach nur mega, mega lecker. Getränke, richtig cool. Die haben dann eine Bar aufgebaut mit Catering-Service und allem drum und dran. Sehr, sehr gelungene 150-Jahr-Feier. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ich war dann danach noch mit einem Arbeitskollegen in der Stadt. Hat sich aber nicht wirklich gelohnt. Also wir waren vielleicht eine Dreiviertelstunde da und hatten auch irgendwie keinen Bock. Und ja, war vielleicht auch besser so, dass wir dann nach Hause gefahren sind. Wer weiß, was da sonst noch eskaliert wäre. Dann haben meine Frau und ich unseren zweiten Hochzeitstag gefeiert, beziehungsweise eher richtig genossen. Denn wir waren in Bad Oeynhausen in der Bali-Therme. Das ist jetzt kein Spaßbad oder so, wie viele das vielleicht irgendwie kennen. Denn es ist halt wirklich so ein Relax, also zum Relaxen da. Mit Dampfbad, mit Sauna, mit einem Becken, wo unter Wasser Musik läuft. Ach, die lief nur leider irgendwie an dem Tag, wo wir da waren. Nicht, das war ein bisschen schade. Das hätte ich nämlich mal ganz cool gefunden. Und ansonsten halt alles Salzwasser und sehr, sehr relaxed. Kann man nicht anders sagen. Da haben wir uns einen richtig schönen Tag gemacht. Das hat echt, ja, hat gut getan. Muss man echt sagen. Das hat sehr gut getan. Und was auch noch sehr cool ist, dass meine Cousine da nämlich arbeitet. Die arbeitet da im Fitnesscenter. Da konnten wir dann kurz nochmal einen kleinen Besuch, konnten wir ihr da abstatten. Und da haben wir noch ein bisschen gequatscht und so. Und ja, wir wollten sie jetzt nicht, wir weiß wie lange von der Arbeit abhalten. Aber wenn man schon mal da ist, dann kann man natürlich auch mal Hallo sagen. Ganz anders war das in der Welle hier bei uns in Gütersloh. Also quasi nebenan, sage ich mal. Da ist es nämlich so, dass sie umgebaut haben. Die hatten über ein Jahr zu. Und da haben sie halt richtig was gemacht. Es gab eine Kernsanierung und die haben halt die Bereiche auch ein bisschen verändert und so. Ich fand es vorher schon sehr cool. Wir sind da immer gerne hingefahren. Jetzt ist es natürlich noch ein Stück weit cooler, weil sie zum Beispiel auch zwei neue Rutschen haben. Da habe ich euch mal ein bisschen was aufgenommen mit meiner GoPro während des Rutschens. Und zwar gibt es einmal eine Rutsche, wo ihr mit einem Ring runterrutscht. Und da können dann auch mehrere gleichzeitig. Das ist dann jetzt nicht so das Problem. Und dann gibt es einmal eine Doppelrutsche. Und das ist tatsächlich eine Wettkampfrutsche. Das ist sehr cool. Dann drückt man quasi einen Buzzer, rutscht dann zusammen runter. Und wenn man unten ankommt, dann sieht man auf einem Bildschirm, wer wie schnell war. Finde ich ziemlich cool. Kann man auf jeden Fall mal hin. Ist eine sehr nette Sache. Ja und tatsächlich sind wir jetzt auch wirklich schon am Ende des Monats angelangt. Denn ja, ich habe euch ja gesagt, das ist tatsächlich die Ruhe vor dem Sturm. Wir waren zum Abschluss des Monats beim Kumpel von mir auf einer Grillparty. Und zwar war das eine kleine Dankeschön-Grillparty dafür, dass da beim Umzug geholfen wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. Ich glaube drei Monate oder so. Da meinte er aber, ja, wenn es dann im Sommer schön ist, dann machen wir eine Grillparty. Ja, die war auch ganz gut. Und es floss mächtig was. Ich bin dann danach noch in die Stadt gefahren. Habe mich dann noch mit der Frau von meinem Trauzeugen und einer Freundin von ihr getroffen, die ich auch kenne. Und ja, meine Frau hat mich in die Stadt gebracht. Und ich wäre vielleicht doch lieber nach Hause gefahren. Puh, es war einfach zu viel und es war zu viel durcheinander. Und ich sage euch, wie es ist. Das war vorgestern. Ich sitze jetzt hier auf dem Dienstag. Und das war Samstag. Also ich bin immer noch ein bisschen kaputt, tatsächlich. Es ist, ja, man wird nicht jünger. Muss man ganz einfach mal so sagen. Und ich habe auch einfach viel zu viel durcheinander gesoffen. Heftig. Ja, mein Gott, wie es ist, ist ein Wahnsinn. Der Monat in nicht einmal 15 Minuten schon beendet. Krasse Sache. Wenn ihr jetzt aber noch wissen wollt, was wir geguckt haben und was ich gezockt habe, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Da habe ich jetzt einiges hier auf dem Zettel stehen, was ich so geguckt habe. Teilweise sogar auch alleine. Und zwar der erste Film, den ich alleine auch geschaut habe, war Planet der Affen 3. Ja, ich will ja nicht spoilern. Ich möchte nur so viel zu dem Film sagen. Es ist krass, wie in einem tatsächlich der Hass auf den Menschen hochkommt. Und ich habe tatsächlich auch die ein oder andere Träne bei diesem Film losgelassen, weil der war wirklich sehr gut und sehr emotional gemacht. Kann ich nur weiterempfehlen. Also wenn ihr den ersten und zweiten Teil gesehen habt, dann solltet ihr euch den dritten definitiv nicht entgehen lassen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir das Remake von Jumanji geschaut. Unter anderem mit The Rock. Und ich muss wirklich sagen, dass dieser Film sehr gut umgesetzt wurde. Also sie haben ja dieses... Ich meine, wer kennt Jumanji nicht? Erstmal, so, ja, Jumanji damals das Brettspiel und ja, dann wurden die Kinder halt in dieses Brettspiel gesaugt und so weiter und so fort. Ihr kennt die ganze Story. Diesmal haben sie das aber quasi als Computerspiel gemacht. Das heißt, diese vier Protagonisten werden in die Konsole reingesaugt und Jumanji ist dann quasi das Spiel. Und sie müssen dann da in diesem Spiel Quests erledigen. Finde ich eine sehr coole Sache. Ja, schreckt nicht davor zurück. Guckt ihn euch an. Also mir hat er auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und meine Frau fand ihn auch gut. Also, ja, kann man eigentlich nicht viel falsch mitmachen. Dann haben wir eine Serie geschaut und zwar die zweite Staffel von You Are Wanted mit dem Schweighöfer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die fand ich auch gut, aber die erste hat mir dann tatsächlich doch einen Ticken besser gefallen. Ich weiß nicht, ob die zweite Staffel nicht ein bisschen zu, ja, zu durcheinander ist. Ein bisschen wirrwarr irgendwie. So kam es mir jedenfalls vor. Keine Ahnung, wenn ihr die erste Staffel geschaut habt, guckt euch definitiv die zweite an. Aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass die erste besser war. Muss ich einfach mal so sagen. So, dann haben wir mal wieder einen Film geschaut, auf den meine Frau Bock hatte. Und zwar Ferdinand der Stier. Ist ein Animationsfilm. Und, ja, was soll ich da groß zu sagen. Also, das ist halt einfach so, dass es da um diese Torero-Thematik im Endeffekt geht. Und ich fand ihn jetzt nicht ganz so gut. Kann man mal gucken, aber so toll hat er mir jetzt nicht gefallen, ehrlich gesagt. Im Gegensatz zum nächsten Film, der war nämlich extrem gut. Und zwar Killers Bodyguard. Ein hammergeiler Actionfilm mit, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, mit dem Hauptdarsteller von Deadpool. Und das Krasse an dieser ganzen Geschichte ist, dass es in diesem Film so die ein oder andere Szene gab, wo ich mir dachte, Alter, das ist doch, das könnte jetzt 1 zu 1 Deadpool sein. Da fehlt eigentlich nur das Kostüm und so die Machart. Hammer. Also, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Wer Deadpool mag, der wird diesen Film auch lieben, sage ich einfach mal. Ich habe jedenfalls gut gelacht und ich wurde sehr gut unterhalten mit meiner Frau zusammen. Also, Killers Bodyguard könnt ihr euch definitiv mal geben. Der war richtig gut. Ja, und was habe ich denn dann noch großartig gezockt? Eigentlich nicht viel im Juni. Ich habe wieder so eine Rocket League Phase und ich sitze tatsächlich immer noch an Far Cry 5. Da habe ich jetzt aber schon ein Gebiet mehr befreit, als ich irgendwie in Wirklichkeit dachte. Es gibt insgesamt drei Gebiete und dann geht es quasi zum Endboss. Ich habe jetzt zwei von dreien. Eins muss ich also noch komplett machen. Und es ist einfach auch so viel zu tun, verdammte Scheiße bei Far Cry 5. Aber es macht extrem viel Spaß. Also, ich bereue den Kauf definitiv nicht. So, jetzt sind wir bei immer noch unter 20 Minuten. Ich sage, wie es ist. Das ist der kürzeste Monatsrückblick ever, den ich hier wahrscheinlich auf meinem Kanal gemacht habe. Aber gut, es ist halt einfach so. Wie gesagt, ich denke, dass es jetzt im Juli und August tatsächlich dann doch wieder einiges mehr zu erzählen gibt. Ich hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß hattet. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Tschüss.